Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem allerersten Pack Opening hier auf meinem Kanal. Habe sowas vorher noch gar nicht eigentlich gemacht. Wir haben ein Team of the Season Antoine Griezmann verkauft für, ich glaube, 460.000 Coins. Und da haben wir uns dann gedacht, wir werden von Antoine Griezmann Team of the Season neue Packs öffnen und das auf YouTube hochladen bzw. für YouTube aufnehmen. Und das habe ich dann nun auch getan. Zuvor erst, bevor das Video losgeht, möchte ich aber auch ganz kurz nochmal sagen, dass es wahrscheinlich zu Störeffekten im Hintergrund kommt. Das liegt daran, dass ich mein Mikro so ein bisschen auf meinem Schoß rumbalancieren musste, damit man uns beide ganz gut hören konnte. Das war ein bisschen schwer und deswegen kann es auch sein, dass es zwischendurch auch mal zu Rauscheffekten kommt. Also deswegen tut mir echt leid, aber das kann ich jetzt nicht mehr verhindern. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß bei dem Video und ab dafür. Erstes Pack würde ich mal sagen, ne? Erwarte nicht zu viel. Okay, ja, vielleicht geht der ja für was. Er ist nicht schlecht. Er ist nicht schlecht, genau. Aber jetzt, jetzt sah ich dir. Ich habe so was, ich habe was in Ruhe. Skip. Skip back. Ich habe keine Special Packs da sein können oder so. Lightning Rounds, ne? Ja. Non-Rare. Ja, und zwei Silber. Er hat noch viele Packs, ja, da kann doch was kommen. Kein Skip. Das war nicht gut. Ja, ja, Boni. Du musst Antoine Griezmann dafür verkaufen, ja? Team of the Season. Ach. Hm. Ah. Da kann man was Besseres machen. Ja. Ja, hier, da ist er, der Griezmann. Den hat man nämlich im Bus, im Bus, auf dem Weg zur Schule gezogen gehabt. Auf der Web App. No look back, okay? Ja, okay. 30, Bruder. Ah. Der Julian. Drexler, okay. Ich glaube, ich lasse dafür irgendetwas gehen. HSV, Hand. Paolo Vinicius. Mach's mal. Meinetwegen mach ruhig einen Foot Draft. Also, Foot Draft. Von Ranado Griezmann, hey, Wichser. Der ist er wieder. Der ist er wieder. Der ist er wieder. Der ist er wieder. Du hast Scheiße gebaut, richtig. Du hast Scheiße gebaut. Das wird kein One-Night-Team. Das wird kein One-Night-Team. Jetzt, Neymar zum Panierein sitzen. Okay, das ist alles immer... Ja, One-Night, One-Night, One-Night. Alter, komm her! Check 1! BAM! Alter, One-Night-Tie-Foot-Draft. Egal, One-Night-Tie-Foot-Draft, geil. Im Pack-Opening, einfach nochmal One-Night-Tie-Foot-Draft. Wieso denn nicht? Also nebenbei. Was sind das jetzt für Limitierte? Die sehen die denn aus. Ich habe nämlich Antoine Griezmann für sein Account gezogen. Jetzt kommen erst die krassen Packs, macht euch bereit. Es wird jetzt ein 82er. Mindestens. Ja, du musst... Du musst nur füchern. Pass auf, das gibt dir den Flair bei dem Pack. Der war von einer Woche noch gar nicht. 619, Booyaka, Booyaka, Rain Mysterio. Pass auf, das gibt dir den Flair. The Atomic Bomb. Ah, ist ein Lohn. Team of the Season. Wir sind zweimal nicht mit 82er Marker. Aber es ist Team of the Season, Kollege. Komm, klatschein, Ben. Das ist mir alles. Ja, wir wollen jetzt erst mal zusammen. Ich wollte das halt nur zeigen. Genau, ich benutze Knückel, du benutzt X, okay? Gut. Nicht die ganze Zeit durchs, Ben. Das ist nicht unsere Taktik. Bist du bereit? Das wird's jetzt, ich sag's dir. Das wird's jetzt. Team! Lücher! Ahhhh. Wir hoffen mit den Skip-Packs. Halleluja, ist krass. Ja, aber hör mal doch, 82. Oh! Oh! My God! Kimische! Abstoßen! Sofort! Ich mach jetzt nur mal ein Dick-Pack. Ein Mikrofon-Pack. Ein Mikrofon-Pack. Ja, das ist es doch. Ein Mikrofon-Pack. Jetzt geht mein Mikro so davon kaputt, ne? Jetzt sieht's wahrscheinlich irgendwie so'n Typ, der heißt Lukas Mikrofon. Wo ist das Mikrofon aufessen? Mein Headset ist... Der Scheiße, Mann! Und noch mal ein bisschen aus der Reihe zu tun. Nein! Roadshwarking Fanboy, oder? Roadshwarking Fanboy, ja klar. Komm jetzt aber, jetzt will ich was sehen. Hab ich die letzten Packs, oder? Ja! Ah! Oh! Warane geht doch bestimmt für was. Der sieht Sidney! Sidney! Das geht's nicht gut. Hör auf! Das ist nicht gut! Liebesgepäck, das geht viel schneller. Ja, aber das Problem ist, sie ist halt nur scheiße. Ach scheiße, Klose. Ja, Diligententach, oder? Wir haben 500.000... ne, 440... Die haben schon wieder... Ja, halt! Wir haben 440.000 Münzen reingelonzt, und wir kommen nicht über 82 Stärke! Was ist das? Das ist ja schlimmer als CSGO Case Opening, Alter! Wow! Texeras? Ach, Bernhard... Gebristelassi wenigstens noch! Ich hab Arschleck! Aber wir können noch einen Gold... Z! Da ist nichts drin! Wow! Das war ja wohl mal ein Reinfall! Unglaublich scheiße! Er ist die Töne! Das ist das Töne! Schöne! Und! Wann? Oh mein Gott! Vielen Dank.